Volle Kraft voraus, Bubu! Ist cool. Ab geht's mit den wildesten Bären der Welt. Und das sind Jogi und Bubu. Sieht gut aus, Jogi. Sie schnappen sich ihr Mittagessen. Wir haben unsere ersten Kunden. Einen Korb nach dem anderen. Ein schöner Tag für einen Pickelig. Was war das denn zum Donner? Ich hab Probleme mit Kartoffelsalat. Bären meiden Menschen. Sie laufen nicht rum und klauen Essen. Ich rieche Erdnussbutterbrot. Mir geht's gut. Jogi hat Köpfchen. Du hast schon manchmal gute Ideen, Jogi. Weil ich schlauer bin als der Durchschnittsbär. Bubu hat's drauf. Hau rein. Und zusammen... Das ist die fortschrittlichste Pickelig-Kopf-Klautechnik, die je erfunden wurde. Machen Sie das Mittagessen klar. Daneben. Ob er wohl den Schlips bemerkt hat? Jogi Bär. Jogi! Nimm meine Tatze! Ich bin so schrau, dass es weh tut. In 3D. Da ist von allem etwas drin. Musik, Tanz, Zauber. Und am Schluss hüpfe ich über Bubu drüber. Tust du nicht. Aber ich versuch's. Ist mir egal. All right, all right, all right.